So, jetzt bin ich hier unten direkt am Eingang, dass man das eben nochmal sieht, die Umzäunung und hier die Umzäunung. Also hier ist das gleiche Spiel, hier muss überall noch Beton rein. Ja und das ist halt super teuer, man kann nicht alles so einschätzen, das ist halt wie in Deutschland, die Preise, die sind so extrem gestiegen. Ja, wir eben auch. Vor zwei Jahren hätten wir wahrscheinlich, ja, nicht so viel die Hälfte oder mehr als die Hälfte bezahlt, aber eben nicht so viel wie jetzt. Kenne ich auch selber von unserem Bau. Ja, ist jetzt bis da oben und da setzen die an und gehen jetzt weiter. So sieht's aus.